Andernfalls kann so eine Entzündung halt wie Geräusch ausatmen. Nein, das drückt noch einmal. Das würdest du sonst trotzdem nicht fragen, auf der Anstatt zu bezahlen. Herzlich willkommen zu allen neuen Videos! Ja, hallo! Heute wird es sehr... Ja... Wie soll ich sagen? Ja. Ihr kennt dieses Format vielleicht schon von anderen YouTubern, wie Artus Weichert oder... Whatever. Und ich sage heute einen ganzen Tag lang ja. Ja. Und Maurice ist auch dabei. Hast du Bock drauf? Nee, hab ich nicht! Ja! I'm saying yes! Das Wetter ist heute nicht so geil. Fällt mich dann nicht von ihr Sorgen ab. Also ich hab Hunger. Hast du auch Hunger? Ja! Willst du uns draußen noch ein Frühstück ausgeben? Ja! Das wird ein guter Tag. Du hast Hunger, oder? Ja! Du hast ja deine Smartie-Torte gemacht. Muss nicht sein, mir reicht eine Torte aber mit Smarties. Und ich glaube, du hast vor ein paar Tagen diesen Smartie gefallen. Hast du nicht Bock, den zu essen? Ja! Super! Im Ernst? Ja, nochmal. Ich hab überall eine Smartie. Ach, überall? Wollen wir die anderen auch noch essen? Nein! Äh, ja! Ähm... Los! Lecker, lecker! Hat der dir geschmeckt? Ja! Wundermal! Willst du mir das innere von deinem Weg geben? Oh Mann! 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 Muss das wirklich sein? Das würdest du sonst nie machen! Muss das wirklich sein? Ey! Das ist so asexial, ne? Oh Mann! Was magst du am liebsten, oder? Mmh! Delicious, Leute! Das sieht überheftig aus! Wenn ihr irgendein Frühstück gehen wollt, im Hildesheim, dann im Merkerson! Nur ich muss heute Ja sagen und nicht Maurice! Und das ist schon ein heftiger Ausgang! Also ich mag's ja überhaupt nicht, wenn du Eier isst, weil es richtig stinkt! Möchtest du dein Ei heute liegen lassen? Ja! Ja! Gut! Also Maurice, gehen wir auf meinen Nacken, ne? Guten Appetit! Danke! Hm, die Kiwi sieht aber gleich aus! Willst du die nicht mit Schale essen? Definitiv nein! Mit Schale essen? Das darf man nicht! Ja! War nicht! Die ganze? Ja! Oh Mann! Schmeckt's? Ja! 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 Würdest du es jedem weiter empfehlen? Ja! 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 immer zu laut. Ey, wie laut kann man reden, Mann? Jetzt hast du eine Schnauze! Und du wolltest auch bezahlen, oder? Ja. Aber eigentlich wolltest du auch schlafen, oder? Ja. Willst du nicht fragen, ob du anstatt zu bezahlen, abwaschen gehen kannst? Ey, musst du das ehrlich? Ja, ja. Ja, ich will. Ja. Oh Mann. Okay, also. Könnte ich einfach für mein Frühstück abwaschen? Also einfach ein bisschen meine Schäle abwaschen. Okay, ihr rutscht nach hinten. Bitteschön. Aber ganz schnell. So, hier, diese Schale, die muss auf jeden Fall mal sauber gemacht werden. Komm, nehm. Das war super, dass du jetzt Geld gespart hast, oder? Ja. Aber guck mal, ich mach das echt gut. Oh, shitty. Gut, machst du das. Dankeschön. Schneller für Teller, spare ich Euro für Euro. Das ist aber noch nicht ganz sauber. Willst du nochmal? Ja, ich wasche ihn dann wirklich nochmal ab. Super. Ja. Jetzt muss ich mich erstmal setzen nach dieser harten Arbeit. Ey, wie peinlich, ey. Ich meine, halben Preis bezahlt. Das hat sich doch gelohnt, Mann. Wir haben uns jetzt gestärkt. Unsere Mägen sind voll. Und ich würde sagen, es kann weitergehen, Maurice. Ich bin bereit. Okay, wir sind ja hier auf dem Marktplatz, ne? Ja. Hast du nicht Lust, da auf dem Boden zu klettern? Und darauf zu tanzen? Reicht nicht, ja. Klettern schon auf. Okay, und was soll ich tanzen? Kennst du den Milchshake-Tanz? Nein, ich kenn den Milchshake-Tanz nicht. Okay, ich kann erklären dir, wenn du oben bist. Ja, okay. Oh Gott, komm mal hin. Hilfe. Ah, ah. Okay, ich bin oben. Stell dich jetzt hin. Oh Mann, will ich mich in das Wasser rein? Muss ich mich wirklich da drauf stellen? Ja. Ey, da sind voll viele Leute. Oh Gott, ja, okay, jetzt steh ich hier. So, jetzt mach den Milchshake-Tanz. Wie geht der Milchshake-Tanz? Du musst deine Finger auf deinen Kopf, gerade hinstellen und im Kreis drehen. Hast du Lust, das zwei Minuten lang zu machen? Dann fall ich runter, Sal. Ja. Oh Gott, okay, weiter. Was? Das geht nicht zwei Minuten, das geht nicht menschlich. Okay, ich finde das reicht. Danke. Kann ich runterkommen? Ja. Äh, weißt du wie hoch das von oben ist? Willst du springen? Oh, ich weiß nicht, ich glaube ich verletze mich. Oh, jetzt hast du die Taube erschreckt. Willst du versuchen die Taube zu fangen, damit du dich entschuldigen kannst? Ja, normal. Du musst dich ein bisschen von hinten anschleichen. Ey, okay, ich hab versucht, das war nur der Versuch, oder? Okay. Ich bin jetzt hier in der Galerie. Das ist voll geil. Okay, ja. Hast du nicht Bock, hier mal fünf Legelstütz drauf zu machen? Ja. Ja, sieht echt gut aus. Ich komm nicht hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Naja, der letzte war aber nicht richtig, oder? Willst du den letzten nochmal machen? Ja, nochmal. Naja, lassen wir mal gelten. Ey, ich bin so ein Lauch, ne? Wollt ihr mal meine Laucharme sehen? Nö. Guck mal, wie die Sonne... Die Sonne kommt gerade raus. Ey, ich finde irgendwie sein Outfit ein bisschen langweilig, oder? Ja. Hast du nicht Lust, ihr ein neues T-Shirt zu kaufen? Ja. Ich glaube, du findest Kick voll gut, oder? Hast du Lust, ihr bei Kick ein T-Shirt zu kaufen? Ja. Hast du Lust, dass ich das für dich aussuche? Ja. Das ist halt echt nicht schlecht für 3,99 Euro, ne? Gefällt dir das? Ja. Das nehmen wir aber nicht. Gefällt dir das? Nein, äh, ja. Welche Größe hast du? Ja. Willst du das gleich anziehen, damit du in der Stadt damit rumlaufen kannst? Ja, normal. Ey, das sieht eigentlich voll fresh aus, oder? Willst du das T-Shirt nicht in deine Hose stecken? Und so sieht es besser aus. Du auch? Ja. Ich finde eigentlich gar nicht so schön. Okay, ich finde ja, da hast du nochmal Glück gehabt. Ja, es ging, es geht. Also es ist echt nicht so schlimm. Wir sind ja jetzt hier bei Galerie Kaufhof und du siehst halt diese Laufbahn. Ja. Hast du Lust, mal ein paar Runden zu laufen? So richtig sprinten? Ja. Okay, aber ich finde, du siehst irgendwie noch nicht sportlich genug aus. Hast du Lust, ein Sport-Output anzuziehen? Ja, klar. Hast du Lust, dass ich dir das aussuche? Oh Mann, ja. Ich glaube, die sieht schon mal ganz schön aus. Die kannst du schon mal mitnehmen für deinen Kopf. Die nehmen wir. Das ist 44, Maurice. Das ist 44, ich habe 36. Passt doch perfekt, oder? Ja, willst du dich umziehen gehen? Ja. Das ist wie ein Pirat. Dann gehen wir mal eine Runde laufen, oder? Willst du auch so einen Start hinlegen, wie so ein richtiger Läufer das macht? Da ich ja ein richtiger Läufer bin, muss ich das ja eh machen. Auf die Plätze, fertig und los. Du bist nicht im Scheiß. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Aber davor hast du doch bestimmt noch Lust, mir eine Karbgesäne zu kaufen, oder? Natürlich. Willst du zwei haben? Capri-Zahn. Hey, Maurice. Dankeschön. Soll ich die alleine trinken? Ja. Gut, aber wir gehen jetzt zu unserer letzten Station, und zwar zum Nursing-Studium. Hast du nicht Lust auf ein Pircing? Definitiv nein. Willst du echt bezahlen, das aber nicht. Weil heute ja ein ganz besonderer Tag ist, hast du Lust, das selber zu bezahlen? Ja. Supi. Hast du Lust auf ein Gesichtspircing? Ja. Das ist aber Glück, dass ich das nicht mag. Weil du heute so fleißig warst und so tapfer darfst du es dir selber aussuchen. Ehrlich? Ja, okay. Ey, ich habe dich. So, wir sind da. Freust du dich? Ja. Super. Ey, du bist so behindert, ne? Verletzung meines Körpers. Oh mein Gott. Oh nein. Ich habe Angst. Ich mache mir in die Hosen. Lach doch mal. Andernfalls kann so eine Entzügung halt nicht in der Kraft ausatmen, weil es eben auch nah am Kopf ist, ne? Und so etwas kann man zur Hirnhautentzündung führen. Und dann sterbe ich. So etwas wiederum kann. So eine Vergiftung führen. Jetzt mal jetzt alles dramatisch reduzieren. Ich muss mich einmal drauf hinladen. Freust du dich? Ähm. Ja. Und die Seite? Und die Seite fertig. Freust du dich? Das ist jetzt ein kleines Witz. Okay, ein Loch ist drin. Ich. Das ist geschafft. Ist das schade weit? Ja. Und jetzt der Ring rein, das drückt noch einmal. Das wiegt das Ganze jetzt zusammen und macht den Verschluss rein. Das tut jetzt nicht mehr weh. Okay, schön. Zeit mal her. Nach Tadler. Ehrlich? Also es hat so langsam angefangen und dann dachte ich so aufstehen wäre gut, aber das war gar nicht gut. Das ist jetzt bald, ne? Aha. Das ist so schwer. Boah, das war richtig schlimm. Ey, wirklich. Ich war gerade, mir war gerade einfach nur, ne, warte gerade, ich kann nicht mehr reden. Mir war gerade nur komplett, auf einmal schwarz vor Augen. Aber ich merke, ich so, okay, ich muss mich auf jeden Fall hinsetzen, Mann. Ey, es hat auch einfach so weh getan. Mein Ohr ist auch richtig rot, oder? Zeit mal. Ne, gar nicht. Du hast es gut gemacht. Dankeschön. Eine Sache noch. Eine witzige Sache. Aber was schön ist, bitte. Willst du dir nicht Seifenblasen kaufen und die Leute für Spaß? Ja. Schau mal, das macht doch alle glücklich. Wie kann das gar nicht? Meine Witzige. Wir sind extra für euch. Gerne. Für den Spaß im Leben. Boah, die ganze Stadt ist voller Seifenblasen. Alter, guck mal, mit glücklich, dass die Städte gut ist. Ich finde, das hast du toll gemacht. Willst du das Video beenden? Ja, Mann. Ich würde sagen, an dieser Stelle können wir das Video echt beenden. Es hat auf jeden Fall, es hat ein bisschen manchmal nicht so oft Spaß gemacht. Falls ihr mehr solche crazy Videos sehen wollt, müsst ihr auf jeden Fall diesen Channel abonnieren. Müsst auch auf jeden Fall die Glocke aktivieren und immer zuschauen, Leute. Das war so uncool. Okay? Okay. Okay. Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No, thanks. Don't mind me. I'mma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. All right then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'mma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out. 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 Fuck this shit, I'm out.